Hallo Leute Herzlich Willkommen zurück bei der neuen Runde Diablo 3. Heute ziehen wir mal richtig an und leveln bisschen paragon weg. So jetzt sind wir gerade mal auf Qual 6 unterwegs und haben direkten Drop, lol. Ich konnte mich auf Qual 6 einloggen und da gibt es mega viele, also die meisten Leute sind irgendwie schon auf Qual 6. Sind leider Armschienen und Armschienen können wir momentan ja nicht unbedingt zwitschen. Obwohl es wahrscheinlich auch nicht das Schlimmste ist, wenn wir das jetzt zwitschen würden, weil so wie es aussieht, werden wir jetzt hier eh gerade nichts killen, weil das voll hart ist für uns. Qual 6 dann schon deutlich härter. Aber nur so lange ich nicht gekickt werde. Wenn ich einen guten Charakter habe, dann interessiert mich das auch nicht, ob da Leute hinterher rennen, die nicht ganz so gut am Start sind. Solange sie mir nicht wegsterben oder irgendwie scheiße bauen, indem sie irgendwie die Schreine anklicken, bevor sie, bevor alle da sind und so ein Blödsinn. Sowas mache ich ja nicht. Guck mal, das hier war ein widerlicher Sammler, der hat Crafting Mats dabei und der hat ganz viele Pläne gedroppt. Die können wir alle dem Schmied lehren und dann können wir Legendary Star schmieden. Da seht ihr wie wenig Schaden ich hier an so einem Macher und die viele Paragon Stufen nicht kriege. Bing, 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 weil es viel mehr Erfahrung gibt einfach. Und die rotzen ja trotzdem, die rotzen ja durch wie absolut gar nichts. Ich habe ja noch nicht einen Mob hier umgeklatscht. Doch den einen Zombie. Da bin ich ja froh, wenn ich hier hinterher komme jetzt. Guck mal, greift ihn an, hat ihn getötet. Greift ihn an, hat ihn getötet. Sofort weg. Ja, aber die meisten Rezepte, wenn ich gerade hier nochmal die sehe, sind halt nicht so gut. Man braucht die Items nicht. Es gibt ganz wenige. Zum Beispiel für dieses LON-Set, wovon ich sprach, wo alle Sachen uralt sein müssen. Dafür ist es ganz okay, weil man dann nämlich einfach so oft schmiedet, bis endlich eins uralt ist. Weil es einem da egal ist, was für ein Item das ist. Erstmal, Hauptsache man hat eins, um diesen Bonus zu kriegen. Und wow, was ist hier los? Die sind ja unfassbar krass. Ich weiß auch gar nicht, wer hier den Schaden macht, weil so schnell komme ich gar nicht hinterher gelatscht. Aber cool. Ich kriege auf jeden Fall schnell was ab hier dadurch. Also kann ich mich jetzt nicht beschweren. So wir crushen her alles schnell. Und dann können wir hier die hier mal einlesen. Sehen wir, wir haben jetzt hier wahrscheinlich bei, machen wir mal nützlichste. Hier haben wir zum Beispiel ein Set Hose. Und da brauchen wir jetzt die Materialien, die wir von Bounties kriegen, von Kopfgeldern, die wir bis jetzt noch nicht gemacht haben. Aber die zeige ich euch dann, wenn wir soweit sind. Wenn wir die nämlich brauchen. Wenn wir diese Items davon brauchen. Erst dann machen wir das. Ja, da war mal so eine Explosion, von der ich immer sprach. Und auf Qual 6 scheine ich die nicht so gut zu vertragen. Ich will gar nicht attacken, ich will eigentlich da raus und die Atem des Todes aufsammeln. Das sind hier lächerlich, wenig Schaden nicht mache. Habe ich den einfach gesammelt? Jawohl, habe ich. Da sind zwar noch Gelb. Da ist noch ein Gelber. Den hat er irgendwie übersehen. Aber ich kriege den halt alleine nicht kaputt. Deswegen ziehe ich den einfach hier mit hoch. Da ist er. Aber das interessiert die gar nicht. Die sind schon wieder demnächst ein Schatzgoblin auf der Jagd. Ist hier immer noch der eine. Oh. Damage. Damage. Erstmal rausspringen. Erstmal den Leuten hinterher ran. Ich glaube, das ist safer. Da ist ein Legendary. Ich kann es gar nicht lesen, was du leckst. Ein Schild. Das ist ein Schild, was wir bräuchten, wenn wir das Bild spielen, was wir durch die Season-Reise geschenkt kriegen. Aber das hatte ich ja nicht vorzuspielen. Alter. Wow, was die Action. Es leckt voll hart. Also ich habe vorhin mal reingeguckt in die Aufnahme, als es bei mir mega geleckt hat. Die Aufnahme sieht dafür eigentlich recht gut aus. Und ich hoffe, das ist zumutbar. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann gucken wir mal das Schild an. Zumindest besser als unseres. Das hat hier Provokationen. Ach, das hatten wir ja auch eh schon mal. Ja. Und das ist das Dornenbild, was ich auch mal gespielt habe, was mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat. Deswegen gebe ich da jetzt auch gerade nicht so viel drauf, die Season-Reise überhaupt zu machen. Weil ich das Schild, äh, möchte das Set gar nicht unbedingt haben will. Oh, wir haben ja auch hier. Man kriegt ja voll viele. Deswegen. Eins, zwei. Gut, das brauche ich ja gar nicht unbedingt. Schultern waren ja noch. Schultern, Schultern, Schultern sind hier. Und einfach mal so lange Schultern, bis Legendaries kommen. Er macht auch echt nur die Elite-Packs. Das ist dann, was man später irgendwann nur noch macht. Ich habe einen Legendary gehört. Ein Schwert. Das ist, äh, Doombringer. Ist für manche Builds vielleicht gar nicht so schlecht, aber wir haben ja unsere Traumwaffe schon. Und wir bräuchten dann noch das Zweihand-Schwert, was wir in den Würfel packen können. Das heißt, wenn Zweihand-Legendary-Drop-Schwert, dann könnte es unseres sein. Und das andere an Waffen ist erstmal nicht so wichtig. Es sei denn, dass es nochmal dieser Pflege in übertrieben gut oder so. Das wäre dann natürlich sehr schön. Oh, da ist so ein, da ist so ein krass cooler Goblin. Da hinten nicht sehen. Das ist so ein mega geiler Goblin. Der droppt, glaube ich, richtig gut. Ja, da hat er einen Legendary auf jeden Fall drin gehabt. Und wie schnell das hier auch geht. Einfach, wir sind schon dem nächsten durch. Ich kann überhaupt gar nicht so schnell gucken. Die Sache ist, der Kollege, der das hier uns carryt. Ich glaube, das ist er. Der kann auch gerade gar nicht höher. Weil das an den Paragon-Legendary gebunden ist, weil Schwierigkeit du spielen darfst von den Qualstufen. Gucken wir uns das Schwert mal an. Das ist ein uraltes. Da sehen wir es zum ersten Mal den braunen Rahmen außenrum. Ist das physische Fähigkeiten-Schwert einfach nur. Aber da gibt es manche Builds, die das dann brauchen. Wir haben es einfach mal auf. Weil noch haben wir ein bisschen Platz in der Kiste. Und den Helm, den wir bekommen haben, der ist richtig kacke. Den können wir sogar schroten. Ein blauer Goblin. Die sind cool. Die hatten wir ja schon mal. Das ist der, der sich tausendmal teilt und richtig droppt. Boom. Guck dir diese Explosion an. Auf einmal lag einfach alles da. Krasser Shit. Ich sehe hier gerade gar nichts. Einfach mal alles aufheben. Wir gehen in die Stadt, weil das sind so viele Mudds auf einmal, dass ich die auf jeden Fall schroten gehen möchte. Zwei Legendaries bekommen, die wir beide nicht gebrauchen können. Ihr seht es leider schon. Und das eine ist für Feuerleute gar nicht so schlecht. Mir fällt doch gerade auf. Guckt euch mal an, wie viel Geld wir jetzt schon haben mittlerweile. Weißt du, fünf Millionen und der 700.000 steigt alles so schnell. Total overpowered. Oh, ein Schwert. Gucken wir uns dann auch nachher noch an. Nein, Kopfschutz. Das geht ja richtig voran. Geil, okay. Habe ich ja gerade noch die Kurve gekriegt und den gesehen. Jetzt müssen wir uns beeilen, bevor der Typ da wieder durchrennt und alles macht. So, hier alles einlesen und dann reparieren. Und dann lesen wir hier noch schnell das Rezept ein. Und gehen erstmal an die Truhe. Packen die hier weg. Na, 30 Sekunden nur Zeit. Da muss alles schnell, 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 schnell gehen. So, dann können wir hier mal nachgucken. Das Schwert, Gegner ranziehen wollen wir nicht. Das hier hat gar nichts. Das Schwert kann also auch weg. Das hier hat halt Feuerschaden wird erhöht. Das Zweihand brauchen wir halt nicht. Und hier haben wir Andara jetzt Antlitz. Das ist ganz gut. Vor allem Blitzfertigkeiten. Also erstmal ist das uralt und die Sachen, die da draufgerollt sind, sind interessante Sachen. Also wir ziehen hier auf jeden Fall erstmal an. Am Schienen. Oh, da liegt schon wieder was. Oh, erstmal sterben. Vor Aufregung sterben. Es sind Brustschutz. Da oben liegt was. Okay, wir müssen erstmal da oben das Legendary hören. Das lasse ich da jetzt nicht liegen. Deswegen mache ich immer so oft die Karte auf und zu, damit ich nichts übersehe. Oh, da liegt schon wieder was. Ich renne hier eigentlich nur hinterher und sammle Items auf. Eine Stangenwaffe. Gucken wir mal nach, was wir bekommen haben. Gesegneter Schild. Habe ich hier jetzt nicht vor zu spielen. Kann man aber hier erstmal aufheben. Vielleicht spiele ich es hier doch nochmal. Dann haben wir eine Intelligenz-Armor. Die wollen wir natürlich nicht. Den Aschermantle, den kann auf jeden Fall später in Würfel packen. Den braucht man bestimmt immer auch mal. Das Feuerbild. Und das hier ist natürlich nichts. Was ist das für einer? Widerlicher Sammler. Schon wieder. Das heißt, wir haben wieder ordentlich Pläne. Okay, wir sind fast voll mit Lootsplittern. Wir können momentan nur 500 tragen. Deswegen müssen wir ein bisschen gambeln. Schultern fehlen aber noch in Legendary. Okay, da haben wir die Ziesucherplatten. Besser als nichts. Dann machen wir jetzt mal noch Schuhe hinterher. Könnte ja mal glücklich sein und nochmal Legendaries kriegen. Ja, leider nicht. Anschuhe. Vor meiner Nase. Da habe ich sogar selber mal mitgefeiert für. Paragon 72. Wir waren gerade an Schuhen dran. Oh, das gefällt dir. Das kann sie eigentlich wirklich zurückhaben. So geil sind die nicht. Aber jetzt ziehen sie trotzdem an. Und re-rollen. Gucken wir mal nach. Verlangs kann natürlich runter. Und dafür könnten wir gesegneter Hammer vertragen. Probieren wir es dann noch einmal. Ja komm, einmal noch. Und noch einmal. Jeder weiß, immer einer geht nochmal. Einer geht noch. Dann haben wir genau 40. Das ist gut. Ach komm, das gibt es doch nicht. Gut, ja dann nicht. Ein Ring. Kann ich jetzt auch noch nicht erkennen, was feiner ist. Na, guck mal. Jetzt ist unser Mundfried eh abgehauen. Dann scheint kein Bock mehr auf uns. Und ich brauche jetzt auch eine Pause. Ey, das war voll anstrengend. Wir haben eine Laterne der Gerechtigkeit noch. Die ist eher so ein Tankdingenst. Wie man sieht. Weil hier Schadensreduktion und Kontrollverlust. Das ist schon mal sehr cool. Gegen was tauschen wir das dann aus? Das Ding macht mehr Schaden als das. Und aber irgendwie auch als das. Aber da haben wir Bewegungsgeschwindigkeit wenigstens drin. Ich tausche das mit dem hier. Was fehlt denn noch? Ein Gürtel fehlt noch. Dann machen wir ein Gürtelchen. Wo ist er hier? Nein, 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 nein. Nein, alle nicht.